Deswegen bin ich so überladen, das ist ja der Hammer. Redekunst verbessert auf 43. Geringe Ausdauber ich schon mal nicht. Höchste Ausdauber, höchste Heilung, höchste Magiker, kleine Heilung. Heilung behalte ich. Davon behalte ich mal 5 Stück. Kräftige Magiker, Zaubertrank der Regeneration. Schlösserknacken und Taschengiebstahl. Oh geil, ich bin gleich fertig. Oh, ah da. Wo komme ich hier raus? Da raus, hier wieder rein. Bellethorst Gemischwarenladen. Hier findet eigentlich jeder etwas. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Laber nicht, Lutsch. Ähm, das kommt weg. Bekleidung. Komm, das kann auf weg. Konnte ich gerade nicht. Oh, der hat nicht mehr so viel. Ja, komm, tschüss. Ach nein, seid ihr fies. Warum hat der denn nicht mehr? Bitte kommt wieder. Ja, natürlich. Aber andersrum können die auch einen Riften in Rest verkaufen. Wenn ich dann nachher mal da bin. Aber jetzt muss ich erstmal in meinem Häuschen was reintun. Doch, das ist es doch. Briesenheim. Ist Aranea auch hier? Hallo? Was benötigt ihr, mein Tane? Nur Lydia. Die immer in meinem Gemach wartet. Darauf, dass ich zurückkomme. Na, Moment. Truhe, nein. Ich will den nicht ausrüsten. Ich will den ablegen. Achso, die Wartezeit zwischen Schreien vormindert sich um 20%. Schlüssel. Alles weg. Behalte ich. Der D3 hat es keinen weg. Ich tu jetzt alles da rein. Außer das. Ach, guck mal hier. Das war das Schwere. Mann, bin ich bescheuert. Das war das, ich packe jetzt alles hier rein. Kein Bock jetzt gleich noch irgendwas zu verkaufen irgendwo. Karte der Drachengräber. Oh, cool. schon interessant. Oh, mächtiger Seelenstein. Leer. Okay, Moment. Lass ich mal. Die Maske war ganz nice. Die kommen alle weg. Ach, Mist. Ein Questobjekt. Warum habe ich den Kopf noch in meinem Inventar? Ekelig. Gehe ich nur beim Soho hier durch. Oh, Wutdraht. Besonders tödlich bei Elfen. Zutaten, Bücher. Habe ich auch noch einiges an. Ja, genau. Ha, 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 ha. Oh, sehr nice. Ich bin so, so befreit, will ich es mal behaupten. Will ich es mal behaupten. Langsam geht der Sprachskill zurück. Ich glaube, ich sollte mal Wutdraht anziehen. Nicht ausziehen. Na, Tragglas 92. Was ich jetzt alles mitnehmen kann, ne? Das nenne ich meine Axt. Ach, Lodge. Das muss ich nur mal schauen, wo es denn ist, wo ich hier hin muss. Hallo? Hier oben. Ach, verdammt. Ich habe es noch nicht entdeckt. Ja, Winterfeste ist eine scheiß Route eigentlich. Ich würde schon fast sagen, hier hin. Und dann kann man hier so rum. Jo. Oh mein Gott. Heftig. Voll am Schneiden. Da soll ich einfach mal rüber schwimmen. Mit meiner Riesenrüstung. Gar nicht kalt so. Das ist schon der beste Weg jetzt hier gerade. Oh, 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 oh. Genau, hier hoch. Das geht auch auf die Eischollen drauf. Und wehe, da komme ich gleich nicht irgendwo hoch. Hat auch sehr anfallend. Das ist ja gleich voll auf dem Berg und ich muss wieder einmal rumlaufen. Achtung. Was sagt denn unsere Karte? Ach, andere Seite. Super. Oh Mann, ich habe die falsche Waffe mit. Ich wollte dich nicht töten. Krass. Wie schnell dir die Zweihändigkeit hochgeht. Wow, heftig. Vier Punkte. Hm, da sind Treppen. Komisch. Oh, 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 oh. Ein Nierenwurz. Mit den komischen Geräuschen, die Dinger. Oh. Aktivieren. Schreien von Talos. Oh, 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 oh. Alle Krankenhäuser entfernt. Na, geheilt. Dein Segen. Wow. Oh, Wasseratmung. Da war es wieder. Ein sehr teures Buch. Kleines Geweih braucht mal keiner. Da, die Rolle nehmen wir noch mit. Der Ring hat einen schönen Namen. Der muss mit. Aber generell, was hier los war, sieht man jetzt eigentlich nicht so direkt. Schade, aber auch. Boah, Automatikschloss. Cool. Was war das? Egal. Aber ich glaube, hier ist eigentlich ganz richtig hier hoch. So ein Weg, der sich hier hoch schlängelt. Na ja, oder auch nicht. Hier wieder runter. Aber oben müsste jetzt relativ nah dran sein. Das Ziel bewegt sich ziemlich schnell da oben. Da ist es. Ich habe das Grab entdeckt. Das ist die letzte Ruhestätte Iskramors und seiner zuverlässigsten Generäle. Ihr solltet vorsichtig sein. Warum müssen wir vorsichtig sein? Die ursprünglichen Gefährten. Ihre edelsten Krieger ruhen an Iskramors Seite. Ihr werdet euch ihnen beweisen müssen. Es ist nicht so, als wäret ihr ein Eindringling. Ich möchte wetten, dass sie uns sogar erwarten. Sie wollen lediglich sicher gehen, dass ihr würdig seid. Bereitet euch auf einen ehrenvollen Kampf vor. Kommt ihr nicht? Kodlak hatte recht. Er tanzt. Ich ließ zu, dass mein Herz von Rache beherrscht wurde. Ich bereue nichts von dem, was wir im Schattenstollenheiligtum getan haben. Aber mit vernebeltem Verstand oder kummerschwerem Herzen kann ich nicht weitergehen. Bis zum nächsten Mal. Das ist die letzte Ruhestätte Iskramors. Dann hat man doch schon. Und seiner zuverlässigsten Generäle. Ihr solltet vorsichtig sein. Was tanzt er denn da so? Für Kodlak. Das ist die letzte Ruhestätte Iskramors. Ja, komm. Bringt Wutrad nach Iskramors zurück. Dadurch sollte sich der Weg öffnen. Ach so. Ich muss ihm das in die Hand drücken wahrscheinlich. Was sagt die ständig? Oh mein Gott. Das ist aber ganz schön zugespinnt da unten. Oh verdammt. Ich habe so gar nichts mehr in den Händen. Na, zu schwer. Die brennen schon alle. Oh, Gefährtengeist. Oh, Miss Farkas brennt. Das ist aber fies. Ach so, ich mach schon. Genau. Das war doch wohl eine Fail-Animation, oder? Wie kann ich denn einem geistigen Kopf abschlagen? Sind die fertig? Aber hier ist schön Gold drin. Gold. Alter Nordbogen für den Arsch. Was? Ist da jemand? Ich. Ja, sauber. Komm, angerannt und dann... Oh. Oh. Aber die halten jetzt nicht so viel aus. Muss ich ja schon sagen. Was ist denn los mit dir? Oh, hallo. Ach man, wieso ging das nicht? Und... Und... Ah, da werde ich jetzt bestimmt keinen Feuerball reindonnern, wo Wilkas am Kämpfen ist. Aber ich sollte mal einen Heiltrank nehmen, verdammt. Das war jetzt ganz schön knapp wieder. Ich nehme mal starke Heilung. Ne, wenig Heilung. Kleine Heilung. Mh, das war lecker. Vorhin gerade beschwert man sich, dass die nicht so viel aushalten. Und schon geht's immer los hier mit dem Aushalten. Boah, den Geist ist erstochen. Glaubt ihr etwa, dass ich Angst vor euch habe? Ja! Jo! Da könnte man Wilkas jetzt töten sogar. Ich werde euch in Stücke reißen. Das sieht ehrlich gesagt aus wie eine Spinne. Nein, Wilkas. Eigentlich hätte ich jetzt gemütlich über den schießen können, aber... Der lag ja deinem Weg. Und bevor ich ihn dann nachher treffe und den töte... Gehe ich mal doch lieber da rein. Bam! Bleib ruhig, Wilkas. Wir schaffen das. Schade. Das wär's nice gewesen. Oh! Lauf! Es wird da nicht ausreichend geladen, war ja klar. Bist du da nur Gift? Oh, ne Truhe mit Adepten-Schloss-Stärke. Nein! Oh! Minimal mehr nach links. Zur Erinnerung, Adept ist so viel. Ich weiß, der mittlere Schwierigkeitsgrad gibt. Fünf Stück. Und Adept sollte der Mittlerste sein. Das war klar, dass diese Geister wieder kommen. Wo willst du denn hin? Ah, sauber. Noch erwischt. Und ab mit dem Geisterkopf. Ach man, der hätte man gerade kurz suchen können. Dann war er weg. So ein leckeres Ei, wenn ich das mal zu mir nehme. Ach Mist, warum hab ich das denn aufgenommen? Das sah aus wie Dietrich im ersten Moment. Ich glaub, das hab ich schon so oft gemacht. Oh mein Gott. Ouch! Dann will ich aus... Ja genau, hau die Säule. Dann will ich die ausholen, dann haut der mich mit seinem Schild. Da müsste ich gar nicht mehr rennen. Ausdauer ist weg. Renne! Oh, das war schon wieder ein Kritt gegen mich. Oh, nice. Mit dem Schild erschlagen, dieses... Diesen Drecksgeist. Das hat sich in den Monden bewegt, Bruder. Nein, keine Eisenpfeile. Oh, was war das? Nice. Kaiserlicher Bogen. Guck mal, Ausdauertrank, nämlich... Ich muss ja viel mehr plündern, obwohl er nur Scheiße drin ist, ehrlich gesagt. Ich hab ja viel mehr auf... Und dass... Ich hab ja auch viel... Und das meine... Und ich kann lustig... Vielen Dank.